Was es hier einfach nie langweilig geht? Ich finde die Menschen geil. Hier ist einfach jeder bekannt. Die Offenheit und den Toleranz hier. Die Spur ist einfach ein Ort, wo du das leben kannst, was das Wichtigste für dich ist. Also die Atmosphäre hier. Hier sind einfach Leute, die sind so wie du und alle super gut drauf. Und du kannst hier sein, wenn du bist. Ich finde, dass die Sporthochschule toll ist, weil du hier sehr viele Möglichkeiten hast, verschiedene Dinge auszuprobieren und irgendwie das machen kannst, was dir individuell am meisten Spaß macht. Man hat oftmals die Möglichkeit, die Leute persönlich in den Praxiskursen kennenzulernen. Man lernt zusammen, man schweißt zusammen. Und für mich ist die Spuru halt einfach nicht nur eine Uni, sondern ein Ort, wo ich mich wohlfühlen kann. Nicht nur ein Studium, sondern auch einfach eine Familie, mit der man zusammen Zeit verbringen kann. Viel Bewegung. Vielfältigkeit. Diese positiv bescheuerten Menschen hier. Das Besondere an der Spur ist die Spur hier früh. Wir sind ja alle hier zusammen. Und es schützt uns einfach, wenn man sich dann hier am Campus begegnet und die Leute und einfach der Zusammenhalt. Das ganze Leben hier allein, wenn man im Biergarten sitzt und alle Leute sind lieb und mit jedem direkt gut ist. Die Jammis im Sommer. Die kostenlosen Wasserspender. Die Spur ist ein Wofür-Ort für alle Sport begeistert. Ganz klar, dass man im besten Gym Europas mit seinen Freunden trainieren kann. Dass wir alle gut miteinander klarkommen und jeder jeden supportet. Das ist das Schönste. Man findet ja auch die besten Freunde. Das ist halt einfach so. Genau. So. So.